Reden wir darüber mit Professor Thomas Jäger, Politikwissenschaftler der Uni Köln. Guten Morgen. Einen schönen guten Morgen, Frau Abatzky. Professor Jäger, die deutsche Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulz hat gesagt, dieser Gipfel, das ist nur eine PR-Show von Putin. Hat sie da recht? Da hat sie recht. Und wenn der russische Präsident sich nicht ins Ausland traut, weil er per Haftbefehl gesucht wird, dann versucht er eben möglichst viel Image nach Hause zu holen, um zu demonstrieren, dass Russland nicht isoliert ist. Aber auch das ging nach hinten los. Obwohl er jedem Staatschef, der anreist, versprochen hat, dass er sich direkt mit ihm treffen wird, es hier Augengespräch geben wird, die entsprechenden Bilder geschossen werden. Da haben das nur 17 in Anspruch genommen. Also für Putin ist das nach innen möglicherweise, nach Russland hinein, eine gute PR-Veranstaltung. Nach außen ist sie jetzt schon gescheitert. Und das wird auch in der Sache so sein, wenn es darum geht, was von diesem Gipfel wirklich ausgeht. Ist es das Getreideabkommen? Ist es der Grund dafür, dass die Staats- und Regierungschefs aus Afrika so deutlich in Abstand waren? Das ist ein Grund und ein ganz wesentlicher Grund. Denn Präsident Putin versucht ja nun, die Geschichte zu erzählen, dass es die westliche Verweigerung ist, auf Russland zuzugehen, die dazu führt, dass es eben jetzt zu deutlich teureren Preisen für Getreide kommt. Und jeder weiß, es stimmt nicht. Diese Geschichte kann er nicht mehr erzählen. Und aus afrikanischen Staaten selbst wird ihm das um die Ohren gehauen. Und das hat wesentlich zur Verärgerung geführt. Aber dazu kommt auch, dass vor drei Jahren der Gipfel in Sochi eben eine Reihe von Versprechungen auf den Tisch gebracht hat, die nicht eingehalten wurden. Russland ist für afrikanische Staaten kein wichtiger Handelspartner. Das Handelsvolumen, das Russland mit afrikanischen Staaten hat, macht etwa fünf Prozent dessen der EU aus oder dessen von China. Russland bringt auch all das nicht, was afrikanische Staaten momentan brauchen, nämlich Unterstützung, wenn es darum geht, die Folgen des Klimawandels abzufedern, wenn es darum geht, technologische Entwicklung auf den Weg zu bringen, wenn es darum geht, wir sprachen gerade darüber, Ernährungssicherheit herzustellen. Nein, was Russland liefert, sind Waffen, Desinformation und Sicherheit. Alleine für die Autokraten, für die Menschen, liefert Russland keine Sicherheit. Trotzdem haben sich ja mehr als zwei Dutzend afrikanische Staaten bei der Abstimmung in der UN enthalten, als es darum ging, diesen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu verurteilen. Sicherlich sehr zur Freude von Putin, also sehr zur Freude von Russland. Was also hat Russland, warum wird Russland so stark gehört und warum klappert Lavrov, der Außenminister, fast systematisch ein afrikanisches Land nach dem anderen ab und wird ja auch empfangen? Er wird empfangen, ja. Und der Grund ist erstmal, dass die afrikanischen Staaten sozusagen geostrategisch wichtig sind. Das ist die Gegenküste der Europäischen Union. Und Europa ist der eigentliche Zielpunkt der russischen Politik. Russland will Europa politisch dominieren und versucht das jetzt eben, wenn man so will, auf Umwegen zu erreichen. Und Russland hat Unterstützung in Afrika deshalb, weil es eben einige Staaten nun wirklich in der Hand hat. Da sorgen die eigenen privaten Militärakteure für Sicherheit. Es gibt Abhängigkeit, was Waffenlieferungen angeht. Es gibt eine Reihe von Staaten, auch in denen jetzt Beamte in Verantwortung sind, die in Russland damals in der Sowjetunion studiert haben, also ein Verhältnis dazu haben. Es gibt immer noch diesen Mythos von der Dekolonialisierung, die die Sowjetunion mit unterstützt haben soll. Also das sind alles Aspekte, die man bei diesen Enthaltungen mit bedenken kann. Aber das ist alles nichts Zukunftsgerichtetes. Und wenn Putin in seinem Aufschlag zu diesem Gipfel davon spricht, dass es eben darum geht, die Kolonialisierung wirklich zu überwinden, dann muss man eben sagen, das sagt der Präsident des einzigen Staates in Europa, der kolonialisieren will. Jetzt hat er aber auch, und damit landen wir ja schon so ein bisschen über, denn wir wollen nachher Ausschnitte aus dem UN-Sicherheitsrat von dieser Nacht hören. Jetzt hat Putin mit der Aufkündigung dieses Getreideabkommens sich für die Afrikaner vor den Kopf geschlagen, sondern vielleicht sogar auch den Chinesen ein Bein gestellt. Denn auch China importiert ja extrem viel Getreide, schon allein deswegen aktuell, auch weil es eine riesengroße Dürre gibt in China. Also bröckelt da so ein bisschen Solidarität? Oder ist das ein, aus unserer Sicht, vielleicht Wunschdenken? Nein, das ist kein Wunschdenken. Die volle Solidarität, diese unverbrüchliche Freundschaft hat Putin ja sowieso nicht erfahren. Die hat er auf dem Papier bekommen, aber nicht in Realität. Sondern China hat die Lage ausgenutzt zum eigenen wirtschaftlichen Vorteil, den russischen Markt bedient, was aus chinesischer Sicht ein kleiner Markt ist, preiswert eben Energie eingekauft. Und China war der Staat, der die größten Mengen des ukrainischen Getreides importiert hat, die über den Wasserweg, über das Schwarze Meer exportiert wurden. Über ein Viertel ging nach China. Und Präsident Xi kann sich weder höhere Preise in China momentan leisten, wo das Wohlstandsversprechen gegenüber der Gesellschaft bröckelt. Und deswegen war auch die chinesische Reaktion auf die Aufkündigung Russlands so deutlich. Aber Präsident Putin ist inzwischen mit zwei, drei Schritten auch mit der Militarisierung des Schwarzen Meers jetzt so weit vorausgeeilt, dass er das kurzfristig kaum mehr umdrehen kann. Und man muss abwarten, wie das weitergeht. De jure ist Russland ja nicht aus dem Abkommen ausgestiegen. De facto nur in Anführungszeichen. Also eine kleine Hintertür hat sich Russland da offen gehalten. Also warten wir weiter ab für heute Morgen. Erstmal herzlichen Dank für die Analyse nach Köln zu Professor Thomas Jäger. Sehr gerne, Frau Bratzky. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.